Wir haben lange darüber gewitzelt und jetzt ist es soweit. Heute, der 28. August 2022, an einem Sonntag, ist der Tag, wo die Rückzahlungen des grössten Bitcoin-Exchange-Hacks in der Geschichte der Menschheit startet. Damals wurden zwischen 650.000 und 850.000 Bitcoin entwendet. Die genaue Anzahl ist unklar und heute beginnt die Rückzahlung von 150.000 Bitcoin. Was hat das für einen Einfluss auf den Bitcoin-Preis? Gibt es den grössten Bitcoin-Crash aller Zeiten? Oder sind wir in der aktuellen Phase mit minus 75% schon so weit gefallen, dass wir gar nicht mehr tiefer fallen können? Das wird unser Hauptthema sein in diesem Video und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja, mit dem ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem deutschen YouTube-Kanal. Normalerweise streame ich unter der Woche mehr oder weniger Montag bis Freitag um 12 Uhr, aber heute an diesem Sonntag muss es mal ein Video geben, weil ich einfach denke, dass wir diese Information kompakter auf ungefähr 10 Minuten runterbrechen können. Wo wir uns aktuell befinden, ist das offizielle Dokument des Anwalts, der für diese ganze Rehabilitation verantwortlich ist. Und zwar ist der Name des Verantwortlichen Nubuaki Kobayashi. Am 6. Juli 2022 kam dieses Dokument heraus, was diesen Rehabilitation-Plan, der von japanischen Behörden abgesegnet wurde, veröffentlicht. Hier ist ganz klar dokumentiert, wie sich Kreditoren, die damals Geld verloren haben, zu verhalten haben. Und es gibt auch eine sogenannte Rehabilitation-Plattform, wo sich eben diese Kreditoren dann anmelden können, registrieren müssen, ihre Fragen beantworten müssen und, 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 um dann eben an ihr Geld zu kommen. Natürlich müssen da mehrere Dinge geklärt und beachtet werden. Wollen diese Kreditoren eine einmalige Zahlung oder wollen sie das verteilt haben? Wollen diese Kreditoren Bitcoin oder Cash? Dann, wie wollen sie das Ganze ausbezahlt haben? Wohin wollen sie das Ganze ausbezahlt haben? Und was ist eigentlich mit Bitcoin Cash? Wir wissen alle, 2017 fand die berühmte Bitcoin Cash Hard Fork statt und diese Leute haben Anrecht auf diese Coins. Ist doch ganz klar. Was soll denn mit denen überhaupt passieren? Das sind alles Dinge, die jetzt über die letzten Jahre, man kann schon fast sagen, fast ein Jahrzehnt, geklärt wurden und jetzt kommt es eben zu dem Punkt, wo die Auszahlungen, Achtung, anfangen zu beginnen. Das ist eine ganz wichtige Aussage an der Stelle. Es ist nicht so, dass jetzt an einem Tag heute 150.000 Bitcoins verteilt werden und alle direkt alles abverkaufen, was natürlich ziemlich fatal sein könnte. Denn, gehen wir mal auf den Chart. Was wir hier sehen können, ist, dass zum damaligen Zeitpunkt, als diese Bitcoins entwendet wurden, der Preis von Bitcoin Anfang Februar 2014 bei nur ungefähr 750 Dollar stand. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal einfach einen Mittelwert nehmen von dem, was angenommen wird, weil man kennt die Zahlen nicht genau, wie viele es denn wirklich waren, was auch ein bisschen mysteriös ist, aber nichtsdestotrotz, wenn wir von 750.000 entwendeten Bitcoin ausgehen, dann waren das zum damaligen Zeitpunkt 500 Millionen US-Dollar. Stand heute wären das 15 Milliarden. Da wird es wohl ein paar richtig reiche Hacker da draußen geben. Denn wie bereits gesagt, nur ungefähr 200.000 Bitcoin wurden wieder zurückgeholt und von den 200.000 sind es ungefähr 150.000, die jetzt wieder zurückbezahlt werden. Schauen wir uns mal die 150.000 an. Damals waren diese 150.000 Bitcoin ungefähr 100 Millionen wert und heute sind das trotzdem immerhin noch 3 Milliarden. Eins kann ich euch sagen, Leute. Wenn heute auf Coinbase, Binance, Kraken, Gemini und so weiter 3 Milliarden an Bitcoin in einem Ruck verkauft werden würden, mit diesen dünnen Orderbooks, die wir aktuell haben, dann wäre ein Preis von Bitcoin bei 10.000 US-Dollar absolut kein Wunder mehr. Und ja, dann wären wir bereits in einem der größten Crashes aller Zeiten. Weil das würde nämlich einen Rückgang bedeuten vom Allzeithoch von 85%. Das ist das, was wir letzten Bullen- und Bärenmarkt erlebt haben, vorletzten Bullen- und Bärenmarkt erlebt haben. Nicht so beim ersten, da waren es sogar über 90%, aber damals war der Markt auch noch sehr jung. Die gute Nachricht für uns ist, Leute, das wird eben nicht so passieren. Von allen Informationen, die ich gesammelt habe, wo auch 1-2 Insider-Informationen dabei sind, sieht es nämlich so aus, dass das Payout zwar heute startet, das wird aber extrem lange dauern, bis diese kompletten Payouts dann wirklich an alle Kreditoren, die berechtigt sind, ausgezahlt sind. Das kann sein, dass das Monate dauert. Das kann sogar sein, dass das ein Jahr oder sogar länger als ein Jahr dauert. Es wird heute gestartet, ja, aber es ist eben genau nicht so, dass heute alles auf Exchanges wandert und der Preis dementsprechend fällt. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Das haben wir in der Vergangenheit gelernt im Kryptomarkt und auch in den traditionellen Märkten. Solche Geschehnisse sind meistens eingepreist. Wir haben einen starken Rückgang gesehen. Klar, das hat auch mit den traditionellen Märkten zu tun und den Rate-Hikes, die Jerome Powell ganz klar angekündigt hat, dass diese in der aktuellen Höhe wahrscheinlich weitergeführt werden, solange wir die Inflation nicht auf 2% runterbringen in den Vereinigten Staaten. Ich denke, ihr alle habt die Medienlandschaft ein bisschen verfolgt und wer ein bisschen tiefer drin ist und sich aktiv über Bitcoin und Kryptowährungen informiert, der hat zig solche Artikel gelesen. Hier vom 16. August, Selling Bitcoin in fear of Mt. Gox Stump. Here is what Experts suggests. Dann haben wir hier vom Wall Street Journal vom 23. August, Mt. Gox Creditors near payout, sparking fears of Bitcoin price crash. Dann haben wir hier vom 27. August von gestern, Ex-Arcane Asset CIO on rumors about Mt. Gox releasing 137,000 Bitcoins on August 28. Und hier nochmal, Mt. Gox rumors panic Bitcoin Twitter as Bitcoin price returns below 20,000 US dollars. Ist auch noch sehr faszinierend, wie auch hier verschiedene Anzahlen an Bitcoins genannt werden. Ich hatte damals immer von 140.000 gehört, das ist jetzt aber auch schon ein Weilchen her. Jetzt sind es manchmal 150, manchmal sind es 137. Vielleicht wurde da einfach auch aufgerundet, weil es ein bisschen besser klingt. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir hier über aktueller US-Dollar oder auch Euro-Gegenwert von mehreren Milliarden. Natürlich kann man auch sagen, naja, die Kreditoren, die größere Stacks bekommen, die werden ihre Bitcoin so oder so nicht auf den traditionellen Märkten dumpen, wie es die Retailer tun, sondern die werden over the counter diese Bitcoin verkaufen, was den Preis kurzfristig nicht so stark beeinflusst. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich im Interesse ist, diese Kreditoren den Preis von Bitcoin jetzt massiv zu dumpen. Das glaube ich einfach nicht. Und noch einmal, was ich ganz klar sagen kann, ist, wir hatten so viel Wirbel um diese ganze Geschichte, darum mache ich auch dieses Video, um es einmal klarzustellen und ich denke, heute ist der beste Tag dafür, weil es heute eben losgeht. Aber ich denke wirklich, dass das Ganze bereits eingepreist ist. Noch einmal, zum aktuellen Zeitpunkt befinden wir uns 71% unter dem All-Time-High von knapp 70.000 US-Dollar. Wenn wir das Ganze runterziehen auf das tiefste Tief, was wir gesehen haben, hier im Juni 2022, waren es ungefähr minus 75%. Und ja, wir können tiefer fallen als die 17.000, die wir gesehen haben. Das ist absolut möglich. Aber ich glaube nicht, dass das hauptsächlich mit diesen Mt. Gox-Bitcoins zu tun hat. Ich glaube einfach, die aktuelle wirtschaftliche Lage, makroökonomisch gesehen, sind Investoren einfach jetzt gewillt, Liquidität zu haben und das ganze Geld nicht in Assets zu investieren, weil wir halt einfach in eine ungewisse Zukunft laufen. Und noch einmal, solche Events, wo so viel Wind darum gemacht wird. Die sind einfach eingepreist. Wir wissen, dass es passiert. Also warum sollte es dann erst einen Einfluss haben, wenn es dann wirklich passiert? Das macht absolut keinen Sinn. Und auch noch eine kleine Anmerkung am Rande. Ich kann mich ja selbst beobachten, wie ich auf diesen Preis hier reagiere. Ich bin seit mehr als fünf Jahren dabei und für mich und nicht nur für mich, auch für viele von euch und für viele andere da draußen ist das eine ideale Kaufgelegenheit. Oder was glaubt ihr? Wenn Bitcoin jetzt wirklich auf 10.000 US-Dollar runterfällt, dass da niemand an der Seitenlinie steht und massiv Bitcoin einkauft? Bitcoin hat es geschafft. Bitcoin ist fast salonfähig geworden. Bitcoin ist in großen Portfolios drin, bei großen Hedgefonds, 401ks etc. Glaubt ihr wirklich, der Preis fällt jetzt ins Bodenlose? Nein, das wird einfach nicht passieren. Irgendwo werden Investoren gewillt sein, Bitcoin wieder zu kaufen. Ein Boden wird sich bilden und sobald die ganze Geschichte wieder in die andere Richtung geht, haben wir mehr als die doppelte Geldmenge, die den Preis in andere Höhen treiben kann. Schon mal so weit überlegt? Danke fürs Zuschauen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.